Ich darf Sie sehr herzlich im Porgy und Best begrüßen. Viele Menschen, wunderbar. Ich darf Sie herzlich aus dem Porgy und Best begrüßen an jene, die im Stream dabei sind. Es gilt eine CD zu präsentieren. Die CD trägt den Titel R. Und wenn Sie nicht wissen, warum das R heißt, fragen Sie den Bandleader. Es hat was mit ihm zu tun. Und diese CD gilt es natürlich käuflich zu erwerben. Das können Sie tun, in der Pause, danach. Musiker signieren Sie auch sehr gern. Nehmen Sie diese Musik mit nach Hause. Viel Vergnügen. Olive Grove, das ist der Hain, der Olivenhain. Ein poetischer Bandname. Oliver Steger, ich darf viel Vergnügen wünschen. Applaus Musiker 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 Musik 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 Der 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank und herzlich willkommen auch von unserer Seite Olive Grove. Das ist ein Projekt, das gibt es seit einem, dreiviertel Jahren mittlerweile. Und wir haben wirklich schon einige Dinge auf die Reihe gebracht und befinden uns mitten in einer spannenden Reise. Wir haben zum Beispiel ein wunderbares Debütalbum herausgebracht mitsamt Präsentationen und Promotion und wir haben eine Vinyl-Crowdfunding-Kampagne erfolgreich abgeschlossen und auch Vinyl produziert und einige Konzerte in der österreichischen Club-Landschaft absolviert und unser Band-Projekt etabliert. Aber eine Sache haben wir bis jetzt noch nie geschafft. Und zwar ist es, mit Lorenz Raab gemeinsam zu spielen. Und deswegen freue ich mich auf diesen Abend besonders. Er hat zwar bei der Platte mitgewirkt, aber auch hier war es so, dass wir hintereinander aufgenommen haben, weil eine Krankheit dazwischen war und es hat jede Menge Terminkollusionen gegeben. Aber heute haben wir es geschafft. Und wir freuen uns sehr, heute in Borges spielen zu können. Das nächste Stück heißt Converse. Da geht es um Konversation. Viel Spaß. Wie kann ich sagen, wie ich fühle, wie ich fühle, Konversationen fühle ich so hart. My mind is running fast, but you're my heart. How should I know how you feel like? Konversations that feel so hard. Trying to understand you, cause you're my heart. You're my heart. Musik 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 Wie kann ich sagen, wie ich fühle mich? Konversations, ich fühle mich so hart. Mein Mann ist auf der Barsch, aber du bist mein Herz. Wie kann ich wissen, wie du fühlst? Konversations, ich fühle mich so hart. Ich habe mich zu verstehen, weil du mein Herz. Lukas Leitner und die Keys. Vielen Dank. Wenn wir free, wir never think about it. To be free can lose all in a day. And when we're free, we never dream about somewhere else to be alive. When I feel that time, time is the only end of me, it's running through my fingers and goes by. After all these years of being blind, I cannot see myself. When we're free, we never think about it. To be free can lose all in a day. And when we're free, we never dream about somewhere else to be alive. mitzacht. Nicht bez Ин hair. Jetzt کا. Nummer 2. Nö? Nummer 3. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Und last Mal. Bis zum nächsten 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 Mal. Vielen Dank und herzlich willkommen zum zweiten Teil. Das war unsere aktuelle Single Humming, die am 1. September eigentlich rausgekommen ist, oder 4. September, ich weiß nicht mehr. Das nächste Stück heißt Bach, Dach, Fach und Schach. Und zwar ist es gewidmet einem wunderbaren Kollegen, den ich immer sehr bewundert habe und der sicher einer der Gründe ist, warum ich Kontrabass spiele. Und zwar ist es gewidmet dem Peter Herbert. Ich habe ihn vor 14 Tagen getroffen hier in Borgi und dann ist mir eingefallen, dass er vor 15 Jahren, glaube ich, ein Stück gemacht hat im Konzerthaus über Bach und zwar mit einem grammatischen Metrief. B-A-C-H Und diese Idee habe ich aufgenommen und ein Stück geschrieben mit dem Titel Bach, Fach, Dach, Schach. Viel Vergnügen. Vielen Dank. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Musik 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 Da-da, da-da, da-da Baby, take me down to Dube's Bass Wilder Sparks in town, down in Dube's Bass Love that piano sound in Dube's Bass Sags to the tricks in Dube's Bass Fellas, swing that chicks in Dube's Bass Come on, get your kicks in Dube's Bass 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 Dube's Bass